Aber irgendwie fehlt was. Irgendwas habe ich vergessen. Meine Mäuse sind da. Ich selber bin auch da. Kobolde sind da. Das Dach über mir habe ich auch nicht vergessen. Das Mäuse-Roulette vor mir steht. Hm, was habe ich vergessen? Hm, doch, die Preise sind auch dabei. Hm, wo ist mein Hut? Ich habe meinen Hut vergessen. Na, das wird unbehütet. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ausgegangen ist, dann schaut euch mal das Video an, welches zu diesem Kurzvideo gehört. Viel Spaß mit dieser Geschichte aus Maushausen. Gehabt euch wohl. Jetzt Kanal abonnieren und nichts verpassen.